Musik Es ist ein Souvenir für Fans oder auch Nicht-Fans von Angela Merkel, die ja jetzt abtritt und ihren Dienst verzogen hat. Und so hoffen wir, dass die dann eben der ein oder andere auch sich daheim nochmal hinstellen kann. Also Frau Merkel ist eine Sonderanfertigung für uns. Die produzieren wir ungefähr 500 Stück, haben wir da jetzt vorgeplant. Dafür haben wir eine Handform gemacht. Die wird dann gegossen und nicht, wie man es mit einer größeren Produktion hat. Und wird dann eben in einer kleineren Stückzahl bei uns in der Manufakturabteilung hergestellt. Nicht wie ein Silvesterschwein, das machen wir eben auch in größeren Mengen. Musik 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 Also wir haben den jetzt halt praktisch zwei Jahre haltbar gemacht und so kann man die ganze Zeit von der Frau Merkel eben nochmal um zwei Jahre verlängern. Bis zum nächsten Mal.